Also ich wollte diesen nächsten Schritt machen. Ich glaube, der Kater ist richtig gut, der Trainer ist richtig gut und ja, alle drumherum auch. Ich habe mit dem Trainer geredet, auch mit Sebastian Kehl und Mr. Watzke. Und ja, es war einfach von Beginn an ein gutes Gefühl und ja, ich wollte einfach diesen Schritt machen und ja, ich freue mich sehr. In diesem Stadion zu spielen vor diesen tollen Fans und ja, einfach dieses Gefühl zu haben, ein Dortmund-Spieler zu sein. Und ja, ich kann nicht warten irgendwie. Ich bin so begeistert und freue mich darauf. Ich würde sagen, als Achter, als ja direkt in der Mitte, da fühle ich mich am größten. Ich versuche viel für die Mannschaft zu machen, mit und ohne Ball. Ich versuche immer so mit diesem selbstbewusst zu spielen. Und ja, ich will immer den Ball haben, will kreieren und will auch für die Mannschaft kämpfen. Also ich versuche alles so gut wie möglich machen in der Mitte. Ja, also ich denke, ein paar Sachen waren richtig so out of context irgendwie genommen. Und ja, ich bin natürlich Christ, aber ich liebe alle Leute, ich diskriminiere nicht oder so. Und ja, ich hoffe einfach, die Fans und alle werden mir die Chance geben, also einfach mich kennenzulernen und dann sehen, dass ich ein hoffentlich toller Mensch bin für die. Ich will mich einfach weiterentwickeln. Ich will viele Spiele für Dortmund spielen und dann ja, hoffentlich eine Meisterschaft, hoffentlich viele Titel. Und ja, ich will einfach gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und ja, ich will einfach, wenn ich nein. Untertitelung des ZDF, 2020